Hier präsentieren wir die 5 beste Fritteuse. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Stepa DF 300 Edelstahl Fritteuse Der kleine Edelstahl Fritteuse DF 300 hält 5 Liter Öl und liefert somit Raum für ca. 1,5 Kilogramm köstlich frittiertes. Mit dem auf jeden Fall mit variabler Temperatur-Reklern bis zu 190 C, POM, Geflügel-NUK, Gates und Calamari ständig gelingt am besten mit dem Experten-Heizsystems der kalten Bereiche, ohne zu brennen, wie die High-Performance-Brenner sind kostenfrei im Öl. Folglich allzeit tief des Topfes ist kühler als über dem Brenner. Hier besteht die gebratenen Lebensmittel. Bei Bedarf, Lebensmittel über den Korb gebraten werden nicht mehr schmelzen unter dem Topf. Dies spart viel Zeit bei der Reinigung. Nummer 4. Klatronik FR 3195 Doppel-Kaltzonen-Fritöse Die Hochleistungs-Edelstahl-Fritöse FR 3195 von Klatronik hat die Fähigkeit, bis zu 4 Liter Öl sowie liefert somit viel Platz für ihre POM, NUK, Gates oder die gewünschte frittierte Speisen. Mit der Kühlenzone-Technologie, prosperieren effizient alle Lebensmittel. Da die abnehmbare Hochleistungs-Heizspirale direkt im Fett, schnelles Aufheizen und auch geruchsarmen Frittieren liegt gewährleistet. Auch Lebensmittel gebraten, die durch den Korb tatsächlich gefallen ist nicht schmilzt nicht auf dem Boden des Topfes. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Modul Inex am 3021 Frittöse Die Sicherheit wird durch die thermisch geschützten Thermo-Immobilien und auch der absenkbaren Frittierkort gewährleistet. Convenience ist durch die äußerst effiziente Geruchsfilter angeboten, die stark unangenehme Gerüche braten reduziert. Super-Uno ist schnell ordentlich viele dank der abnehmbaren, nicht haftenden Innenbehälter, der in der Geschirrspülmaschine gereinigt zusammen mit dem Filter werden kann und auch der Frittierkorb. Eco-Term hochzuverlässigen Brenner an den Innenbehälter verbunden für gerade Wärme-Transfer, schnelle Hausheizung, Energiesparend und auch maximale Ergebnisse. Nummer 2. DeLonghi F28-311 W1 Rotorfrittöse Die DeLonghi Premium-Frei F44.532 CZ ist unsere Überweisung für den Werkzeug und auch große Familienmitglieder, die ihre Frittöse wie jeden anderen Tag zu verwenden. Es ist für große Mengen entwickelt und auch ähnlich stark. Es ist ebenfalls leicht zu reinigen. Aufgrund der großen Menge an Öl von 5 Litern und auch die maximalen Temperatur von 203 Stufen, erreicht sie schnell große Bratenergebnisse. Mit dem Öl-3-Piepeschwanz Sie die benutzte Öl erhalten bequem zur Lagerung oder Entsorgung aus dem Tank. Die übrigen Teile der Maschine geben Sie bitte in die Geschirrspülmaschine. Und die Nummer 1 unserer Liste. Tefal FR 8040 Pro Inox und Design Fritteuse Oleoclean. Der Tefal FR 8040 Oleoclean Pro bietet maximalen Komfort im Umgang mit und das aufpassen des Frittieröl nach dem Braten. Lassen Sie einfach das Öl direkt in den Ölbehälter eingebaut und shop in einem dunklen, super Lager gefiltert über. Die bleiben Teile des Gadgets sind sehr leicht zu reinigen, da jede kleine Sache in der Spülmaschine ist erlaubt. Der Tefal FR 8040 Oleoclean Pro ist wirksam, die ausreicht, um die hohen Temperaturen standhalten, wenn kalte Speisen zu füllen. Dadurch wird sichergestellt, viel kürzere Lebensmittelvorbereitungszeiten zu vielen anderen Geräten gegenüber. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.